Angst, Not und Entbehrung, die Lage rund um den Flughafen-Kapul bleibt dramatisch. Es ist Zeit, jetzt zu handeln. 20 Jahre Krieg in Afghanistan haben gezeigt, Frieden, Demokratie und Frauenrechte kann man nicht herbeibommen. Die Linke fordert ein Ende der Auslandseinsätze der Bundeswehr, ein Stopp und ein Verbot von Rüstungsexporten und Abrüstung. Internationale Solidarität heißt für eine gerechte Weltwirtschaftsordnung eintreten. Denn alle Menschen haben das Recht, in Frieden und in Würde zu leben. Gemeinsam machen wir das Land gerecht. Jetzt die Linke.